So. Pecco, wenn der gleich wirklich kommt, kick ich dich. Das sind dann so typische... Ich weiß nicht, was kommt. Ich sag's einfach Aussagen, obwohl du genau weißt, was kommt. Ein bisschen Kick. Einfach mal zehn Minuten nachdenken, was man getan hat. Es war so klar. Oh. 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 Er hat nicht Rage-Raid bekommen? Der Kinship mit Reden noch lebt. Das muss ihn sich beschädigen. Zalad! Rathal! Sieh auf schon! Lass Rathal go! Die Rathalos ist die Schlüssel für die Erlösung. Der Prozess kann nicht beendet werden, ohne die Veränderung des Monster zu verabschieden. Du... Du wirst noch nicht verraten den Welt? Was ist falsch mit dir? Ich wünsche mir den Ende des Welt, um die Menschheit zu sehen. Die Menschen sind pathetisch. Sie sind schwach und ineffektiv. Ich habe das Gefühl, dass, wenn Red morf, der Welt, wie wir es wissen, ist es zu Ende. Es ist Zeit, um ein neues Welt zu sein zu werden. Es ist wahr, dass die Menschen weniger Leben haben als wir, und ihre Existenz kann sein, aber sie sind nicht schwach. Sie haben das Macht von Kinshin. Sie sind Freunde, sie sind Monsters. Die Menschen tragen die Kraft von allen, die sie treffen. Das macht sie stark. Meine Freunde hier haben mir das gelernt. Ich glaube, in die Kraft der Menschheit. Du kannst es auch hören, kannst du? Wenn du etwas wie Red bist, dann solltest du verstehen. Es spricht von dem Beginn eines neuen Welt. Von dieser Maslow, um diese Maslow zu erfüllen es mit! Oh, shit! Oh, shit! Das ist die Flöten. Die Flöten? Wir werden uns da drehen. Wir werden uns da beachten. Oh, das ist das so schwer. Operatorlos klärt. Operatorlos klärt. Operatorlos klärt. Operatorlos klärt. Operatorlos klärt. Ich möchte, dass die in Sunbreak, in Raid Sunbreak, wenn das Monster gebissen wurde von diesen neuen Drachen, dass die dann so aussehen. Dass die alle so eine Darkform bekommen haben. Wie cool wär das bitte? So eine Vampireform oder so. Uff. Rechter Rata ist schwer verwundet. Weiß ich zusammen, wir sind hier, um Rasta zu retten, oder nicht? Gehen wir. Oh, nett. Dankeschön. Oh, das ist sehr nett. Das ist sehr, sehr nice of you. Hätte vielleicht woanders speichern sollen. Kann ich von hier aus? Ja. Cool, danke. Für den Fall der Fälle. Ähm. Oh, was? Ähm. Achso. Nagakuga in Darkform, da sehe ich mich. Nagakuga wird weiß. Das ist der Ausgang. Ah, okay. Ja, wild. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Ja, es wird nicht helfen, glaube ich. Es ist zu spät. Ihm ist ein wahrer Zweck bewusst geworden. Nein, 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 nein. Ja, bin dunkler Ausmerzflügel, Rafa. Ist halt schon geil von der Optik, ne? Kannst du sagen, was du willst? Der hat schon geiles Design. Mann. Was ist der F***? Er hat wilder Feuerball eingesetzt, ändert sich Russa wirklich nicht mehr an uns? Uh, da war gerade auch gerade so ein Krater im Boden, das war ein Problem. Zinoro, könntest du bitte mit mir zusammenarbeiten, das wäre sehr, sehr geil. Oder Kyle, mir ist das eigentlich egal. Der macht Quatsch, der macht irgendeine Quatsch-Attacke, der Ratsalus, ja Feuerball. Kyle, warum? Ich würde es dir gerne sagen, aber... Kyle, der macht immer Kraft. Außer er wird mad, dann könnte sich das ändern. Oh Gott, der macht Quatsch, der macht wieder Feuerball. Ihr glaubt ihr wirklich, dass euch eure Bindung zu Kräften verhilft? Naja, wir machen gerade gut Damage, oder? Lull, er wollte Himmelhochfall machen. Lull, kann er nicht. Kann er jetzt wahrscheinlich, ne? Jetzt macht er das. Ich block mal, ich weiß nicht, ob mich das auch trifft. Das macht 999, der Bitch. Siehst du nur, wie wert das deine kostbare Bindung ist? Er kann auch Bindungsfähigkeiten nutzen, haben wir überhaupt noch eine Chance? Maren ist nicht schlapp, wir müssen durchhalten, bis Rasa wieder zur Vernunft kommt. Ah, ei, 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 ei. Hat der nicht gerade noch, warte mal, hat der, Moment, der hatte doch gerade noch angezeigt, dass der den, er hat doch gerade noch eine Line angezeigt zu Zinogre. Danke. Danke. Meine ich doch. Dann hat sie nur gründen Quatsch gemacht. Danke. Danke. Jeg Okay. Ja, klar. Das war unfair. Ja! Jetzt nochmal. Hast du nochmal Bock oder was? Was ist denn mit dem? Ich würde sagen, greife jetzt bitte nicht wieder Nanoka an. Fuck, ich habe keine Herz-Uncovers mehr. Außerdem wieder dreimal. Natürlich. Natürlich. Himmel hoch voll, das wird wehtun. Das ist keine eigene Animation. Die ist lila statt rot. Ich habe jetzt was krasseres erwartet. Die ist fast genauso wie das Original. Raffa! At last, it appears! It is! Finally! Accept my offering to you! Take the Rathalos! Take me! Forge a brand new world! Take me! No! God, Ian Rathalos! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Den hat man sich ja auch nicht so vorgestellt, ne? Man hat immer nur die Tentakeln da gesehen, die da rauskommen, die riesigen. Und dann kommt da so ein Schmetterlingsdrache raus. Wild. Erinnert mich sehr an... Oh Gott, da oben sitzt er, wie cool. Altura, das ist wo es all endet. Was ist passiert? Es flasht wieder. Wir sind positiv und schlauend. Nichts zu schäuern, richtig? Wir haben diese Schmutzung. Ja, Zeit für unsere Kinship zu testen. Run! Vielen Dank, dass ihr mich auf diese Reise begleitet habt, Leute. Red nicht so, als sei es das Ende. Äh, doch. Ist vorbei jetzt. Er macht Tag, das ist natürlich nice. Dass die Monster aber auch immer so schön geduldig warten, ist so, ne? Alles wirkungslos. Let's go. Let's go. Kann ich überhaupt Monster wechseln? Nein, kann ich nicht. Konnte ich damals in 1 auch nicht, glaube ich. Meint ihr, der macht jetzt Speed? Gucken wir mal. Äh, ne, er macht weiter Kraft. Okay. Er macht weiter Kraft, obwohl... Ah, ne, warte, er macht nicht weiter Kraft. Er macht jetzt Kraft. Okay, er hat vor Attack gemacht, er macht jetzt Kraft. Das ist legit. Okay. Äh. mehr Flügel. cool. Cool. Was ist mit deinem Stein? Ähm. Genkidama? Hallo? Could you not? Und so aussichten gefallen mir nicht, wenn er uns weiter mit solchen Angriffen trifft. Wir wären eigentlich alle tot, weil wir haben 99,99 Damage bekommen. Ach so, klar. Hast du bitte jetzt nicht immer Flammen ge- oh Gott. Ja. 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 So, Kyle, wir müssen seine- ach, ich darf das Monster doch wechseln, durfte ich vorhin nicht. Okay, jetzt darf ich. Ähm. Wir müssen auf seine Flügel gehen. Linker Flügel. Let's go. Äh, ne, komm. Ja. Hör mal auf zu laden, bitte. Ach so ging nicht, weil ich auf Rasa drauf war. Das ergibt sogar Sinn. Alles tot? Jawoll, also Nanoka, aber habe ich mit gerechnet. Okay. Ist der jetzt noch mad eigentlich? Ja, ne? Ne, jetzt macht er seine ganzen Scheiß-Fähigkeiten. Das tut immer weh. Bist du jetzt noch mad oder nicht? Ich meine, du bist immer noch am laden. Ja, bist du. Okay. Sollte mich heilen. Nein! Ich habe mich verkehren. Toll ey, den hätte ich mir sparen können, den Tod. Ich habe mich verklickt, man. Ich habe mich verkehren. So. Statt auf den anderen Flügel zu schießen, denkt sich Kyle, Body. Let's go. Kyle, wie wäre es mit anderen Flügel? Oh. Okay. So. Okay. Okay guys. So. Warte, ähm, dann nehme ich nämlich lieber Zinogre tatsächlich und halt den mit hoch. Zinogre kann sowas wie den Donnerangriff besser ab, würde ich einfach mal behaupten, Zinogre, warum? Warum bist du so? Ich bin Zinogre, ich mache was ich will. Der war schön. Oh, der war befriedigend, der Shot. Oh, war der befriedigend. So, warte, es ist wieder normal. Das heißt, es macht jetzt wieder Tech-Sachen. Das ist ein Phasenwechsel, oder? Sag mir bitte, das ist ein Phasenwechsel. Ja, geil, okay. Jetzt ist wieder sauer. Jetzt macht er wieder Mist. Aber wir können ihn zwei Runden lang, können wir ihn, okay. Wir können ihn zwei Runden ein bisschen ruhiger halten. Oha. Es hat sechs Flügel. Nächste Phase. Let's go. Jetzt macht er nämlich Speed-Angriffe. Da. Oha. 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 Amulet muss be connected somehow. Oha. 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 Seine Flügel haben die Farbe gewechselt. Sie sehen ganz anders aus. Ja, das macht er nämlich Speed-Angriffe. Betten? Ich teste es jetzt mit der Wind... Ja, sorry doch. Ich bin gelesen wie ein Buch, ey. Dass du den trotzdem auf einer Scylla machst, ist frech. Das finde ich frech. Das finde ich wirklich abartig frech. Wenn ich einmal sterbe, ist es vorbei. Die gehen nicht auf den anderen Flügel, wenn der eine Flügel gebrochen ist. Richtig dumm. Hier auf den linken Flügel gehen jetzt. Puh. Lebensstaub. Gönn richtig. Hagelsturm klingt nämlich nach Aua. Ah. Oh Gottseid, dann kann man das überleben. Ja. Ich bin gerade nur Healer. Ja. Ja. Okay. Oh, Kyle, du machst so viel geilen Damage. Mach weiter. Nice, Kyle, nice. So, warte, 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 warte. Der macht jetzt wieder genau. Okay, das ist alles gut. Können wir jetzt eh mal erst mal schüllen, weil er macht Meteorigen. So, Rata ist fast tot. Nehmen wir mal Gravius raus. Oh Gott, das wird ein Fehler. Ich seh's jetzt schon. Jetzt ist wieder Matt. Hat aber nur einen Flügel. Das heißt, der macht jetzt Tech. Ne, Kraft. Ich bin verwirrt. Ich glaube, er macht Kraft. Glaube ich. Ja, okay. Ich bin Zunogra. Ich mach, was ich will. Immer zum falschen Zeitpunkt. Ja. Ich bin Zunogra. 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 Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Geh mal raus hier mit dem... Oh, das war's. Ein bisschen enttäuscht vom Schmetterlingsdrachen jetzt. Das war's doch noch nicht. Da kommt noch eine Phase. Komm. Oh, fuck. Oh, scheiße. Ähm. Wird krassere Flügel jetzt. Das wird ne Pfeilspitze. Oh, jetzt macht der Drache. Das ist ja toll. Was macht der denn jetzt? Obwohl, er macht erstmal gar nichts, weil... Alles gut. Tech. Okay, Tech-Sachen. Okay. Oh, das tat weh. Das tut weh. Das tut weh. So, also du machst jetzt erstmal dein Meteorregen, ne? Bitte. Ich muss heilen. Danke. So, warte. Jetzt müssen wir wechseln. Er macht Tech. Das heißt, wir gehen auf was Rotes. Gehen auf Flossen? Ja, gut. Ich werde ja nicht first 2 schaffen. Gehen auf keinen Fall. Dafür bin ich zu knapp an Herzen gerade. Und das war schon viel zu knapp jetzt. Und seine fucking Dreierangriffe sind viel zu frech. Und das war schon. Und Kaya schießt viel zu oft auf den Körper. So, warte mal, ich möchte folgendes. Ich möchte Rata haben. Rata los. Willst du mich verarschen? Alter. Danke, Rata los. Danke. Du hast es geschafft, dass ich den Kampf verloren habe. Weil du meintest, eine andere Attacke machen zu müssen, die ich nicht ändern kann. Och, fucking Rata los, Alter. Und du willst die Welt retten, Mann. Lächerlich. Ich wechsle extra Rata los ein, damit wir die Kraftangriffe pushen können. Und dann macht der so einen Scheiß, Alter. Ah, lächerlich. Alter, wie viel... Nee. What the fucking hell? What the... Also, Rata... Das war jetzt komplett RNG. Was Rata los da abgezogen hat, war so unnötig. Rata los hat sich wieder gedacht... Ich mach keine Kraftangriffe. Aber ich hab keine Energie, um das zu ändern. Ah, was ein... Assi. Wie komm ich jetzt zum Boss? Ist das hier? Stopp, ist es. Scheiße. Ach, Mann. Es war so unnötig. Vor allem hab ich ihn extra eingewechselt und geheilt. Dann macht er so einen Mist. Ach, ey. Willkommen. Wie kann ich helfen? Ich kann eh meine Arme auch nicht verbessern. Oh, doch. Ne, doch nicht. Ein Clavenus-Ding fehlt. GG. Ich habe mehr Verteidigung schon aktiv. Die ganze Zeit habe ich schon mehr Verteidigung aktiv. Das läuft auf 99 Stunden. Und das triggert mich jetzt, dass mir ein Clavenus-Ding fehlt. Oh, hallo, Sirek-Jostav. Schade. 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 Zinurge Drachenelementrüstung. Dafür müsste man Höllen-Zinurge gefarmt haben, aber habe ich nicht. Ich habe nicht einen Höllen-Zinurge gemacht. Und Devil Joe habe ich nicht gesehen. Warum spoilerst du mir Monster? Mann. Mann. Noch nie einen Devil Joe hier gesehen. Und irgendeiner kommt wieder im Chat und so. Ich habe die Rüstung. Mann, ey. Lernt das doch mal. Ja, ist egal, ob ich die schon machen kann. Ich habe den noch nie gesehen. Also will ich nicht wissen, dass der hier ist. Ist das so schwer? Mann, ey. Wann versteht ihr sowas? Danni, es ist scheißegal, ob ich den schon hätte in dem Quest lesen können oder nicht. Ich wusste es nicht. Mann. Wenn ich doch sage, ich wusste nicht, dass der kommt, dann wusste ich das nicht. Da gibt es Energie. Dass man dann auch noch immer diskutieren muss. Was ist schlimm mit euch? Ich speichere da mal. Der ist nämlich machbar. Das weiß ich. Bis zum nächsten Mal.